Hallo Leute, Salamu Aleikum, wie geht's euch? Heute habe ich gedacht, ich mache einen Vlog mit so einem kleinen Spaziergang. Wie ihr sehen könnt, es ist richtig wolkig, weil es ist richtig früh, keiner ist da, es ist richtig leer und ja, ich gehe zu Weser. Unterwegs zeige ich euch so süßen kleine Hunde mit Pullover, die waren richtig süß und wenn ich ein Foto genommen habe, einer hatte eine Zunge raus und unterwegs habe ich diese Kirche gesehen, habe ich gedacht, ich gehe ein bisschen nah, so habe ich gedacht, ja das da ist auch ein Statue. Mal gucken, ja hier geht es lang und ja, von oben zeige ich euch auch, wie das auch aussieht. Ja, hier war ich noch nie, eine andere Kirche in die Stadt habe ich besucht, aber hier drin war ich noch nie. Von oben sieht das richtig schön aus. Mal gucken, wo man reingehen kann. Ja, ich denke hier vorne ist eine Tür. Ja, aber es ist geschlossen und wenn man die Fenster sehen, die sind richtig dekoriert. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde immer so Sachen so schön und wenn man in die Kirche geht, das ist richtig, richtig schön drin. Aber man kann keine Videos machen, das darf man nicht so. Wenn ich auch hier reingehe, ich kann keine Videos machen, das bringt gar nichts. Aber man kann von draußen alles so schön gucken. Überall ist sehr, sehr schöne Sachen wie das hier. Ja, das ist auch viel, viel Arbeit, wenn man sowas macht und so. Hier geht es weiter. Mal gucken, was hier ist. Hier sind auch Treppen. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ich war noch nie hier oben. Und die Kirche von hier, mal gucken. Ja, hier, okay. Jetzt geht es weiter. Ich gehe mal runter. Ich gehe nicht in die Stadt rein. So von draußen mal ein bisschen gucke ich. Ja, das ist wunderschön. Und jetzt gehe ich zu Weser. Unterwegs habe ich dieses Rathaus gesehen. Und ich finde die Statue auch richtig schön. Mal gucken von nah ein bisschen. Ja, ist richtig schön. Was findet? Findet ihr auch das? Okay, jetzt gehe ich zu Weser, zu Wasser. Das ist mein Lieblingsplatz. Hier komme ich immer wieder. Aber in diese Wette, das ist nicht so schön, wie das im Sommer ist. Aber ja, es ist immer mein Lieblingsplatz. Und hier sind immer so viele Vögel, ja, wie diese Taube. Wenn ich hier runter sitze, ja, einen Moment, ich sitze runter, dann kommt die auch zu mir nah. Hm? Ja, siehst du? Ja. So, sie ist richtig nah. Und wenn ich zwei, drei Minuten hier mehr sitze, dann wird das voll mit Tauben. Ja. Ich glaube, die sind richtig, richtig hungrig. Ja. Aber ja, ich glaube, ich gehe weiter, weil ich habe ja auch gar nichts. Die Armen. Ich habe ja nichts. Ja, ich gehe weiter. So, von da bin ich gekommen. Da ist eine Brücke. Über mir ist eine Brücke. Und nachher würde ich die Brücke auch zeigen. Aber erst gehe ich weiter hier. Hier, ehrlich gesagt, sind so viele Enten im Sommer. Ja, das ist richtig schön hier. So, lasst uns jetzt weitergehen. Hier zeige ich euch einen Platz. Da ist noch eine Brücke. Und wenn man auf die andere Seite guckt, da sind Steine und da läuft Wasser. Und wenn man so runter geht und da sitzt und nur Augen zumacht und das Wasser hört, da fühlt man richtig in Ruhe. Ja, ich fühle das, weil ich liebe so Wasserberäusche. Und das ist ein richtig schöner Platz für mich. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt, aber das ist mein Lieblingsplatz. Ja. Und wenn man möchte, kann man auch Füße reinmachen. Ja, das ist richtig schön. So, los, jetzt geht es weiter. Jetzt gehen wir über die Brücke. Dann zeige ich euch. Vorne ist ein Restaurant. Ja. Und hier war eine Windmühle. Ich zeige euch das Bild hier. Ja, ich weiß nicht. Ja, vielleicht machen die das weg. Weg. Und im Sommer kommt das weder. Aber die Windmühle ist weg. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und hier ist noch ein Platz. Und hier kann man richtig schön das Wasser gucken und genießen. Eigentlich sammle ich ein bisschen Muscheln hier. Ja, jetzt sind gerade keine Muscheln. Okay, links gehe ich nicht weiter. Ich gehe so rechts wieder zurück. Ja, jetzt gehe ich zu der Brücke. Unterwegs habe ich das gesehen. Hier zeigt er, wie Jupiter weit ist von hier. Könnt ihr mal lesen. Und hier ist die Brücke. Ja, wenn man auf die Brücke geht, die wackelt ja ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. So viel nicht. Okay, jetzt gucken wir von hier, wie das aussieht. Das sieht sehr schön aus. Und da war ich. Los, weiter. Und ja. Hier auf die Seite sind so viele Schlösser. Hier so schöne. Ich finde das sehr schön. Und wenn man hier guckt, hier ist so eine Wiese. Und wo die Autos da sind, da ist immer Messe. Und hier die andere Brücke. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Überall sind so viele Tauben. Ja, die suchen Essen. Und wenn ich auch vorbeigehe, die fliegen nicht weg. Die gehen nur auf die Seite. Ja. Nur auf die Seite. Ja. Die haben keine Angst. Aber ich möchte auch nicht stören. So, jetzt ende ich den Vlog. Ja. Und ja. Ich hoffe, mein Vlog habt ihr gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.